Hallo und willkommen zu Last of Us. Viel Spaß und Let's Play. So, dann gehen wir mal die Leiter jetzt hoch. Wir haben die Umgebung völlig gesäubert. Und jetzt müssen wir nur noch zur Brücke. Aber unfassbar, Joel. Noch sind wir nicht angekommen. Wer weiß, was für eine Scheiße auf uns noch wartet. Okay. Wir haben es irgendwie nicht alle leicht gehabt, oder? Gehen wir durch die Gasse. Ach, der verdammte Truck. Schon gut. Bleibt nur in Deckung. Dankeschön. Das ist aber nett. Das Zeug ist okay. Dann machst du mehr. Das Zeug ist aber hoch. Ja, klar wirst du. Mann, ich hab deine Antwort im Flicker gerettet. Ich denke, Mama. Ich hätte dich zerrecken lassen können. Oh Mann. Ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Hey Mann! Hast du was gehört? Ja. Ja, ich hab's auch gehört. Musstest du gerade kommen? Was darfst du mit? Schießen die da auf uns? Das ist eine Art Geschützturm. Bleib unten! Kann man eine Pumpkin überleben? Oh, Scheiße! Ja, du sagst es. Völlig die Fresse weggeschossen. Jetzt müssen wir uns den Wagen nur noch krallen. Gut, die Frage ist erst mal nur, wie? Oh, shit! Ah, verdammt! Irgendwie müssen wir das schaffen. Uff. Okay, das ist... ...kein gutes Zeichen. Komm, Ellie. Ah. Ich dachte, man hätte diesen Wagen zerstören können. Aber leider geht es wohl nicht. Vorerst. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Hier kannst du mal aufhören, bitte rumzuschießen hier. Lass sie los, du Arschloch! Gern geschehen. Wolltest du was trinken? Nichts von dir! Oh. Oh, da. Hier, du hast deine Tastatur vergessen. Ich dachte, wir haben keine Gegner mehr. Also, die jetzt auf uns zukommen. Nur doch, das ist ein Hampi. Haben wir nicht irgendwie einen Raketenwerfer oder sowas? Was? Keine Zeit zum Arsch kopieren. Oh. Ach, du schießt schon auf ihn. Ich auch. Was sollte das jetzt werden? Dafür musst du bezahlen! Oh. Oh. Musst du mein Schutzfeld latschen, Ellie? Gut, dass ich dich nicht verletzen kann. Oh. Mann, Mann, der ist echt auf mich abgesehen. Oh. Komm, Ellie. Wo steckst du, Kleines? Da kann er mir nicht folgen. Oh, zugesperrt. Warte mal, wir gucken uns noch mal kurz hier um. So, eine Münze reingeworfen. Verdammt. Schon wieder keine Cola kommt hier raus. Was ist aber da? Munition. Die ist mir sogar lieber, diese Waffe. Die ist ein bisschen durchschlagskräftiger. Achso, hier lang war das. Ah, so schnell kann er nicht reagieren. Oh shit. Oh man. Nicht, dass er auf mich hier rumballert. Oh okay, diese Richtung geht nicht, oder was? Äh, ah ja doch. Hat er vorhin irgendwie nicht gemacht. Komm, ab ins Bett. Es ist Schlafenszeit. Erstmal muss ich aufräumen. Oh man, nee, ich verzichte. Ich räum doch nicht auf. Ist mir zu sehr unordentlich. Ellie, übernimmst du bitte? Ich mach uns essen. Okay, hier runter. Nicht runter. Oh, da lang. Oh oh. Oh Mist. Die ist okay. Sie sehen uns nicht. Puh. Nochmal davon gekommen. Shit. Verdammt. Joel. Warte, warte. Joel, hör auf. Da. Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du Hatz. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann hab ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Dann wollen wir mal. Tut mir echt leid, wegen... Vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Oh, hier ist noch was zum Abgreifen. Oh, sehr gut. Molotow Cocktails verbessert. Ich bin gleich soweit. Quatsch, drohe ich ein bisschen weiter. Bisschen Messer basteln. Heilmittel. Und eine Rauchbombe. Tada. Und dann können wir noch mehr was mitnehmen, was noch hier rumliegt. Ne, das können wir nicht lesen. So, ich bin soweit. Kommt, geht das. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen Sie immer wach. Ich bin ganz... Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der, ähm... Ich hab versprochen, mich um sie zu kümmern. Gut. Das ist der Ehre. Ja. Als Vater-Tochter könnten wir glatt durchgehen. Die Tochter, die den Vater in den Wahnsinn treibt. Das würde, Ellie, gefallen. Tiefphase. Wieder so ein Magazin. Wow, wir sind wieder voll ausgestattet. Schnell mal die andere Waffe genommen. Nachladen. So, es spielt hier Schach. Kein Plan, wie das geht, aber... Wir können es trotzdem mal probieren. Wow, ist hier ein richtiges Lager hier. Ich bin wieder so weit. Dann lass uns mal wieder aufbrechen. Okay, nix versteckt. Choo-Choo-Toys. Geschlossen. Halt, halt. Set mir doch mal leise. Weg von den Fenstern. Sie hauen ab. Mann. Der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wehen dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Ellie, das gilt für dich auch so. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Liegt hier nicht mal eine Granate in diesem Spätsackladen? Könnte ich gut gebrochen. Oh, okay. Geduckt. Shit. Hast du es gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, bleib bei ihr. Okay. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich sehe in diesem Bereich nach. Geh da runter. Na dann, kommt mal her. Boot, 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 boot. Oh. Oh. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. einer weniger. Ich mach die alle alleine kalt. Kein Thema für mich. Ja? Ach, da. Ich hab den Pfeil schon angegriffen. Na komm schon. Nix da. Keine Kompromisse. Jo, ich bin noch ganz fit. Ich hab... Oh. Zeig mir dein Gesicht. Oh, da. Gleich auch richtig. Scheiße. Sollte mich mal lieber heilen. Gehst gleich auf die Kinder los. Echt jetzt? Oh. Ich hab ihn ja vorhin nicht getroffen. Er lege ihn mir aus dem Weg. Da oben geht's nicht lang. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher? So nah bei Ihnen? Ich hab nen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Na, bei ihm umgelegt. So auch den ich mir. Ich holg alle rein. Ich muss mal kurz pollern. Komm hier rein. Oh. Alles klar. So. Wie alt bist du? Ich? Tür drin. Wie alt bist du? Ja. Auch so. Komm mal, das wird ja nicht. Beinahe. Okay. Wirklich? Callcenter. Hier gibt's auch keine Munition. Ist ja eigentlich üblich, in so einem Callcenter ein paar Munition zu finden. Für nervende Kunden oder so. Schuss durch den Hörer. Wohin müssen wir jetzt? Wir sind da. Home, Speed Home oder wat? Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Und wachen die scheiß Brücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Äh, ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie ... , wer itill. Wie, wer ...? Wie?